Willkommen zurück und willkommen bei der Mission 21. Gut, ja, wir haben einen kleinen Burding. Und hier ist es relativ einfach, einen Präventivflag zu machen, auch ohne Blender. Und das werden wir hier auch natürlich wieder ausnutzen, diesen Präventivflag. Warum sollte man es nicht ausnutzen, ist ein ganz großer Vorteil für uns. Und ja, ich würde es auch empfehlen, mit Präventivflag hier zu arbeiten, weil es sonst wahrscheinlich nicht ganz so möglich ist, hier 5 Sterne zu erreichen. Gut, wie wir hier schon sehen, wir warten bis er sich umgedreht hat, gehen wir dann hier von hinten ran. Und somit haben wir hier den Präventivflag. Und dann gehen wir hier mit dem Blitzschlag, also Doppelverheirer, und einmal den Brescher auf ihn drauf. Und hacken wir auf ihn ein. Also ich nutze hier nebenbei noch die ATP-Erfrischung, kann man hier, könnt ihr auch gerne mitnutzen. Im Prinzip zweimal dasselbe Paradigmen nehmen. Und dann immer wieder wechseln, wenn das andere vorbei ist. Und somit haben wir den Gegner hier ganz schnell down. Und haben hier unsere 5 Sterne erreicht. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.